so hi und hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht richtig lol surprise wundertüten habe ich entdeckt deswegen mache ich jetzt dann ein schnelles kurzes info video weil so eine wundertüte kostet 6 euro was man da erwarten kann möchte ich euch jetzt zeigen vielleicht wollt ihr dann lieber das geld sparen aber die töten an sich die sind mega das seht ihr hier eine normale wundertüte schaut mal ein viertel größer als ist schon gigantisch als ich die gesehen habe cover typisch surprise sind jeweils zwei hefte zwei extras drin ich hoffe natürlich jetzt nicht dass ich ausgerechnet zwei mitgenommen habe wo beides das gleiche drin ist aber wie gesagt möchte ich das gerne präsentieren vielleicht ist es was für euch dann könnt ihr die sechs euro ausgeben oder vielleicht ist nichts für euch und ihr habt das geld gespart weil ihr das video gesehen hat aber nichts zu trotz fangen wir jetzt mal an erste ziemlich schwer es ist da 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 ein notizbuch und radiergummi cool ist die ausgabe nummer 7 von 20 20 die ist aber schon paar jahre alt sage ich jetzt nicht so lass ich so mal brauche ich ja nicht auspacken kriegt jemand von mir fertig da ist das zweite es ist auch ein notizbuch aufkleber bonbons oder sowas das ist das ganze nummer eins von 2021 also ich muss sagen ziemlich alte magazine also das ist schon eine hausnummer das muss ich echt sagen aber mal schauen was ich in die zweite drinnen habe ich hoffe nicht das gleiche weil das was ich gezogen habe ist wirklich nichts erster ohne buntstifte eine tasche zum anmalen ist das magazin nummer 421 da sind wir alle ganz schön alt und das nächste ist auch ein notizbuch beistift ist die nummer 29 also ich muss echt sagen ziemlich alte magazine für 6 euro oder was meint ihr wie findet ihr das wollt ihr euch die holen habt ihr euch die geholt oder sagte jetzt nee dafür sechs euro spare ich mir lieber kaufen was anderes für seid ehrlich ich versuche natürlich irgendwas von lol surprise von die neuen sachen unter das video zu verlinken sicher bequem und günstig auf jeden fall hier möchte ich jetzt eure meinung eure kommentare darüber lesen und das allerwichtigste natürlich bleibt gesund ihr und eurer familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu auch bei ihnen